Die Erstausführung dieser großformatigen Arbeit befindet sich im Hotel Metropole in Monte Carlo. Auf 18 hinterleuchteten Acrylglas-Scheiben gedruckt, dient sie dort seit Sommer 2013 als exklusiver Wandschmuck der Hotelterrasse Sampul und Restaurant. Die Reise des Odysseus ist, wie der Titel sagt, Thema der Serie, aber wir sehen keineswegs die jahrzehntelangen Irrungen und Wirrungen, die für Odysseus mit etlichen Verlusten verbunden waren. Für uns posiert vielmehr die illustre Götterschar, die vom Olymp aus das Hin und Her und schließlich die glückliche Heimkehr des Helden verfolgte. Übrigens handelt es sich tatsächlich um eine Fotoserie, auch wenn die einzelnen Aufnahmen wie zu einem Wandfries aneinander montiert sind. Wir sehen einzelne Gruppen, die sich gegenüberstehen, in antike weiße Gewänder gekleidete Männer und Frauen auf bequem gepolsterten Liegen, kurz ein entspanntes Nebeneinander schöner Menschen vor einer spektakulären Mittelmeerkulisse, in der nur ein weit entfernter Riese mit erhobenem Speer die Gefahren antiker Seereisen mehr symbolisiert, denn tatsächlich verkörpert. Sirenität, Heiterkeit, auch das war ein Lieblingswort von Karl Lagerfeld und es beschreibt gut, was er uns hier zeigt. Heiterkeit, Lebensfreude, Genuss und einmal mehr ewige Jugend. Die Szene passt bestens in das Ambiente eines Luxushotels, das kurz bevor Lagerfeld beauftragt wurde, zum Hotel des Jahres 2010 gekürt wurde. Sie passt aber auch gut in unsere Sammlungspräsentation sakraler Kunst. Der Paravar macht den künstlerischen Umgang mit den großen Menschheitsmythen deutlich. In dem einen Fall die christliche Heilslehre mit der Darstellung des vorbildlichen Wirkens der Heiligen, im anderen Fall die antiken Mythen mit den unzähligen Göttern als übergroße Spiegelbilder menschlichen Lebens. Figuren, die sie in den Altarschreinen sehen, wo sie sich wie auf einer Bühne präsentieren, erinnern an die großen gemalten oder aus Marmor gemeißelten Friese der Antike. Und selbst die Künstler des Mittelalters, das als weitgehend körperfeindlich in die Geschichte einging, zeigten im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr Interesse am Menschen und an dessen gottgleichen Körper. Die oft gestellte Frage, ob er auch als Fotokünstler anerkannt werden wolle, verneinte Lagerfeld. Er sah sich als Dilettant, der das machte, was ihm gefiel. Allerdings stets perfekt. Und er betonte gern die Unbekümmertheit, mit der er seine Kameras bediente. Das wollen die Leute immer von mir wissen. Was mein fotografischer Stil ist, kann ich nicht sagen. Das sollen die Leute sagen, die sich meine Bilder anschauen. Ich habe keinen Stil. Oder eben viele. Man darf doch nicht stehen bleiben. Nicht im Leben, nicht in der Mode, nicht in der Fotografie.